Oh, hier hast du heute Geburtstag. Was ist denn da? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Aaron. Happy birthday to you. So, war rein. War der Arie fünf Jahre alt heute? Das ist für dich, für den Aaron. Das ist so groß, oder? Kannst du mal abschneiden? Guck mal, da. Das ist dann gebrochen. Oh, beten. Das kann man jetzt schon frei und weg. Auch hier? Da? Genau, nimm's mit. Nimm's mit, Ari. Nimm's mit. Nimm's mit. Ja, ich leg noch ein Stückchen Beken. Das ist das Leckerste. Die Kölnchen machen. Schöfte machen. Schöfte machen. Schöfte machen. So. Schöfte machen.